Coole Websites, werdet euch langweilig ist. Nummer 1, Magic Eraser. Hier könnt ihr ein Bild hochladen und dann beliebige Objekte darin entfernen. Oder auch Menschen, die ihr nicht auf eurem Bild haben wollt. Nummer 2, Virustotal.com. Hier könnt ihr eine Datei hochladen und anschließend wird euch angezeigt, ob sie ein Virus enthält oder nicht.